Jetzt gehen wir mal hoch aufs Dach unseres alten Hauses hier. Typisch, wie es auf den Dächern New York so aussieht. Und welche Jungs oder Mädchen haben hier ein paar Stühle und so was in einen kleinen Grill hingestellt. Wahrscheinlich halten sie sich dann auch mal abends hier auf. Tagsüber ist es nicht möglich. Direkt daneben hier die Kirchturmglocke. Hier ist ja direkt eine Kirche sozusagen eingebaut zwischen den Häusern. Total verschärft. Ja, gehen wir mal vorne zur Straßenfassade. Da ist die beliebte Canal Street. Mit dem typischen Street Noise. Diese üblichen Geräusche von Sirenen, Rupen. Ja, New York ist nicht leiser. Aber geht ja wahrscheinlich vielen richtig irgendwann auf den Keks. Man erlebt viele Durchgeknallte hier. Also richtig, wo es irgendwann bumm gemacht hat. Die dann schreiend durch die Gegend rennen, die sich die Drogen reinpfeifen, die in den Straßenecken liegen. Also es ist schon eine Stadt, die einem auch eine Menge abverlangt. Ja gut, gestern war mal am Strand. War wunderschön. Aber gerade an so einem Tag wie heute ist es jetzt schon tierisch heiß. Ja, und die ganzen Kulturen, unterschiedlichste Sprachen. Ja, jeder hat ja so sein eigenes Päckchen, was er hier mit durch die Gegend schleppt. Und übers Überleben kämpft. Weil New York ist nun mal richtig teuer. Die mieten alles. Und ja, da bleibt vielen nicht allzu viel, um die Stadt zu genießen. Ab in Schatten. Ab in Schatten.